Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja also heute stelle ich euch mal hier mein Motorvlog Setup vor. Also erstmal so, das ist so mein Helm jetzt so von außen. Und ja hier ist jetzt die GoPro. Also ich habe die jetzt noch quasi ohne Hülle und da ist noch der Akku, wenn man das sehen kann. Ich würde ja mal sagen, dann mache ich jetzt einfach mal an den Helm dran. Beziehungsweise erstmal hier in dieses komische Schutz quasi. So Leute, also jetzt ist hier die GoPro in der Halterung drin mit den ganzen Kabeln und sowas. Und ja da muss man als erstes hier das Ding hier erstmal da reinstecken. So, dann zack. So. Also das ist quasi dann dafür da, dass quasi hier das Audio vom Mikrofon auch ankommt. Und ja da würde ich sagen, dann mache ich mal an den Helm dran. Ja Leute und so sieht es dann halt aus, wenn quasi GoPro am Helm ist. Und dann ist halt hier ist noch das Mikrofon. Und das muss man dann halt noch jetzt... Warte. So. So. Und wird jetzt halt einfach mal so da reingelegt. Ja. Und dann passt das so. Ja und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt dann nochmal quasi meine Einstellung in der Kamera. Und dann halt später auch nochmal wie das dann halt so auf dem Roller aussieht. Und ja würde ich sagen, ja bis gleich. Und ja jetzt ist die GoPro hier an. Also ich habe jetzt noch 57% Akku. Ich filme halt in 1080p, 60fps und superweit Winkel. Und ja da sieht man es auch nochmal vorne. Also hier, dass sie filmt. Und ja dann würde ich sagen, melde ich mich wieder, wenn ich den Helm auf habe und draußen bin. Ja Leute und dann so sieht das dann halt aus. Also hier so mit den ganzen Kabel und sowas. Und die Mikrofon ist jetzt halt hier unten drunter. Und ja so film ich dann halt. Da sieht man das mit Film. Ja muss man nicht sehen. Und fliegt sich mal eigentlich nicht sehen. Und ja dann war es das auch mit dem Video. Ich hoffe es euch gefallen. Lasst dann einfach ein Abo da und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Und ciao.